SIEMAN JUGEN Yo Leute was geht ihr damit herzlich? Willkommen zu diesem neuen Video mit mir dem SIEMAN Euer Prime Moments Bin ich alleine, heute ist der Steini mit dabei, was geht ab Steini? Ich wurde gar nötig hier, hab gar keine Lust gehabt, alter Scheiß R9, ich hab den auch gekauft, hab den dann gesagt nein Ich nehm den nicht, bin noch mal nen R9 gekauft Den haben wir Discarded und jetzt hab ich Pelé gekauft Ja, aber du holst dir die Discardedten eh immer zurück Ja, das hab ich ja gesagt gerade Ist halt klar, ich will die wiederholen Du bist aber nicht überzeugt von dem gewesen, vom R9 Hab ich so durch die Blumen mitbekommen Wird der so 5-6 Millionen kosten, würde ich sagen Ist okay, 15 Millionen? Der kostet halt 15 und du musst den snipen Das ist halt dann interessant, ne? Ist ein bisschen teuer, Freunde Aber heute gibt es Die Steam Prime Moments R9 Aufnahmen Ihr habt es euch gewünscht Lasst einen fett Naum nach oben da, falls ihr das ganze feiert Für mehr Duel Aufnahmen in der Zukunft Auch mit meinem wunderbaren Gast, dem Steini Den ihr alle sehr mögt, oder? Steini mögen die dich? Nö, ich glaub nicht, ich hab jetzt nicht so viel Sympathie Da bei dir im Chat gelesen, irgendwo meine Person Ja, zu Recht auch irgendwo Also ich kann es irgendwo auch nachvollziehen Freunde, also ich würd sagen Wir können rein starten, ne? Auf Likes haben wir gegeiert Wobei, eigentlich müssten die noch irgendwie Kommentare für Algorithmus Ja, Kommentare wären cool Schreib mal in die Kommentare Wie viele Buchstaben er 9 hat Ja, 2 9 ist ein Buchstabe Sehr gut Hätten wir dann auch geklärt Ach, F*** Nein! Nein! Ich bin so los! Aua! Nein, hab ich selber hochgenommen Mit wen nehme ich auf? Ist das hier ein diakonisches Hilfswerk? Oder wo sind wir hier gerade reingeschlittert? Ja, bin ich gerade selber hochgenommen Hehehehe Wie viel Buch da hat er noch? 2 Ist so ne Klassiker-Frage Die auf der Straße So wenn du so Leute verarsch Weißt du? Wie bei TV Total Oh, Scheiße Puh, das war lustig Das war sehr gut Okay, Freunde Wir schauen rein Spieler kommen auf die Bank R9 bleibt stehen Pelé bleibt stehen Ganz klar Ne, der bitte nicht Was für ne Version von Pelé hast du denn? Moments Maschallah Das hat er ein Digga Okay Meine Spiele sind nur auf der Bank Du kannst bei mir anfangen Ich spiel 4-3-3 Das heißt wir brauchen linken und rechten Flügel 4-3-3 Linken und rechten Flügel Egal Dann pass mal Linker Flügel die 2 Mhm Rechter Flügel die 7 Super Da fahren wir direkt Ja, ich darf noch ne 1 Zwei Verteidigern Zwei Verteidigern auf dem Flügel Das ist ja schon wieder der helle Wahnsinn R9 reicht doch Ist gut drauf Was hast du für ne Formation? 4-2-3-1 4-2-3-1 Mit die ZOMs Richtig Soll ich dir 3 ZOMs geben? Ja Wird wahrscheinlich richtig in die Buchse gehen aber Linker ZOM hätte ich gerne die 1 Ja Läuft richtig gut ZOM hätte ich gerne die 2 Das läuft richtig gut Bruder Und rechter ZOM hätte ich gerne die 3 Danke Z Jetzt 3 Game Changer Steini komm du willst es doch auch Ich habe 2 schon Ähhhhh was hast du denn? Ist das ZM und 2 ZM? Ne 3 ZMs Auf Tiki Ah ok Ah ok Pass auf Links machst du die 10 In der Mitte Ist der dritte Verteidiger am Bunde Und nicht wieder verzählen da ne In der Mitte die 1 Ja Rechts Ist mir heute so ne Zahl in den Kopf gekommen wo ich aufgestanden bin Dann ist die 13 Die gibt's hier nicht Da nehme ich die 3 Ja Es ist abenteuerlich Ja bei mir ist gut Es ist sehr abenteuerlich Oh je So komm Jetzt geht's Gönn rein Linken ZDM hätte ich bei dir gerne die 11 Das ist scheiße Und Rechten ZDM hätte ich gerne die 4 Das ist ähh Ja ist am Ende dann auch nicht so gut gelaufen hier Digga ey Bitte jetzt gib mir Bitte gib mir noch ein Game Changer Sonst habe ich ein ganz großes Links Verteidiger Mhm Die 4 Ist das schon mal wichtig ja Linker IV die 9 Nein Ja Ja Rechter IV Die 5 Nein Rechts Verteidiger die 12 Ja Muss man auch wollen sowas Sowas muss man auch wollen Du kannst mir 2 Stück noch geben Okay Ähh Linker Verteidiger hätte ich gerne erstmal die 12 Ja Hat sie erledigt Dann Linker Innenverteidiger gerne die Nummer 10 Ähh 1 2 3 4 5 Ja Ja Rechter Innenverteidiger die 6 Wieso ist es eigentlich immer so dass man wenn man mit krassen Karten spielt das Team aussieht wie die letzte Scheiße Ja Und Rechtsverteidiger 7 Tja den hättest du dann auch draußen lassen können Müll mich nicht voll mit wie sagt der 2 Icons drin weil die Icon gestellt ist und ich eine weiter rein Ja hab ich aber auch Ja also Ruhe da Du könntest einen guten Move gleich noch machen tatsächlich Ist dein Keeper drin werde ich gleich sowieso sehen weil wir einen neuen Pitch haben Ladies der gleich wieder nicht funktionieren wird Ähh Kann man jetzt ehrlich die Gegner Team ziehen? Hä? Kann man jetzt ehrlich die Gegner Team ziehen? Ja ja angeblich ja Dann Pass auf einmal Gönn dir die Nummer 11 Ah den hättest du draußen lassen können Den hättest du draußen lassen können der war jetzt nicht so notwendig bin ich ehrlich zu dir Was ist bei dir noch übrig also an Zahlen Fünf Acht Und neun Okay Torwart schon drin Ja ja Dann hättest du gern die 5 Das ist der Kacke Digga Alter Gib mir da die verkackte 9 Sorry Ist das schlecht Alter Wie viel hast du? Zwei Wow Alter ich hab einen verschissenen Geil wer bleibt bei dir übrig bei mir ist Sydney Friede und Icon Keen Als Sherby und Half Ach Gott ey War immerhin Torwart auf Fullcam ey Das sieht nicht gut aus der Team Man 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 ich dachte echt das wird was am Anfang Boah Hype mich nicht du ey Okay ich mach folgendermaßen Ich mach Nummer 1 Und Nummer 2 Geil ist das nicht du Ich Also Bin mir auch schon mal besser vorgestellt Ich kann nur ein Challenge machen Von daher Jetzt hat er eh erledigt Jetzt bin ich gespannt ob man die Team C 4 2 1 2 Jawoll Leute das Team Was passiert jetzt? Jawoll Geht richtig gut auch Also dieses Update muss ich sagen Hat mir wieder sehr gut gefallen Aber ich glaube das kommt wenn das Spiel startet Als so diese Aufstellung meine ich Ich meine ich ein Bild gesehen zu haben Aber I don't know Ich leg den Controller hin Wir warten ab Wir warten ab Freunde Wir sind im Hype Aber es geht auch schnell Okay Huh Jetzt bin ich gespannt Aha Ja Aha 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 I 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 mit dem Spiel. Hat ja gut funktioniert. Krass, Alter, dass du den einen da spielst, bin ich aber gewagt. Ja, ja. Finde ich auch. Also hättest du dir auch zweimal überlegen können, sowas. Lass es doch sein. Hör auf, da. Da, Jola. Loll! Was war das denn für eine Taktik? Ich wollte gerade sagen, willst du mich hier komplett verarschen, oder was? Wo hast du den denn her? Da ist er. Schön. Sehr, sehr schön. Steil, den für dich. Ja, der war echt gut. Mit dich? Hab ich nicht mit, hab ich, no front, hab ich hier aber nicht zugefordert in der Situation. Ja, das ist doch, ist okay. Der war echt gut, der war echt gut. Schönes Tor. Ich komm am besten, wenn man gar keine Erwartungen an mich hat. Feuer, Milot. Milot, ey, da wirst du doch mal vorbeikommen, ey. Wie ist das, Milot? Ah. Ja, dieser Lala ist auch einfach ein Augenschmaus, dein ZOM. Rein, rein. Wie ist das, Tor, Alter? Sieben, rein, carry. Verkackt der Lala da. Ich hab unten Techshaler stehen, aber irgendwie, man spielt nicht über die Leute einfach. Immer über die Idiotenseite da oben. Ja, find ich gut. Oh, meine Nase juckt die ganze Zeit wegen dem scheiß Koks, ey. Nein! Nein! Ich krieg gegen Tor wegen Nase. Ach, come on! Einfach mal langet, ey. Loll! Digga, was ist jetzt los? Zu Barca, oder was? Ich habe nichts gedrückt, ne? Ich schwöre bei Gott, ich habe gar nichts gedrückt. Auch nicht, als er den geklärt hat. Gar zu... Ich bin einfach erstarrt. Das Spiel hat für mich geklärt jetzt. Jawohl, der Max. Ja. Ja, Mann, auch, ey. Geil los, ey. Ja! Wow! Mit einem verkackten Ball keine Chance mehr, ne? 15 Millionen. Mann, 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 ey. Das geht zu einfach. Das geht viel zu einfach. Kann aber auch so was funktionieren. Was willst du denn gegen SPC-Karte? Nein! Falscher Skill-Tutz! Nein. Nein. Ah! Viel zu... Komplett verdrückt, ne? Ich wollte demnächst schon wieder was komplett anderes machen. Setzt er sich durch. Guck's dir an. Zack. Ja! Komm! Nein, Mann, dieses Spiel ist scheiße, Alter. Ehrlich mal jetzt. Finde ich nicht. Ich finde es gut. Meine Fresse, du, ey. Rein! Oh, je. Ah, ja. 15 Millionen. Ja, du kriegst mal den Spieler oder was, ey? Du kannst du anything! Komm, 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 komm! Halt's Maul, Alter. Rein! Rein! Lächerlich, Digga. Schön ist so, aber ich spiele nicht mehr weiter. Ich lasse halt jetzt Uruna laufen hier, die Uhr. So, dann hast du jetzt davon. Dann hast du jetzt davon. Depressiv! Da wollen wir mal ganz entspannt hier gucken. Da wollen wir mal ganz entspannt gucken, was hier so passiert. Wie ist das denn so, so zu spielen? Boah, ich kann's nicht mal. Gut. Ey, was? Was? Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Geil. Aber Typ, feier ich. Ist das geil. Ja. Falt doch ab, du... So! Nein! 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 Ey! Egal, fünf. So eine Wichse. Oh, du kannst, du kannst, du kann... Ja. Fünf Picks. Es gibt elf Spieler und ich möchte einen P legen. Und die Frage ist dann, die man sich natürlich jetzt stellt, wie viele Buchstaben hat er neun? Ich will ihn missnaken. Ich fange im Tor an. Tor! Ja. Dann steht er da nicht drin. Okay. Torwart schon mal nicht. Was gibt's noch für Optionen? Ich muss jetzt mit nem Plan an die Sache herangehen. ZOM möchte ich haben. Das Herz. Drei Stück hab ich noch. Beide Außenverteidiger. Ja. Das ist immer noch kein Kollege gewesen. Ah! Beide Außenverteidiger. ZOM, Torwart. Stehen gelassen trau ich dir nicht zu, glaub ich. Nee, 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 nee. Linke ZDM. Das ist verdächtig. Ruhig, aber der Typ hat mich schon so häufig geprankt. Der Typ hat mich schon so häufig geprankt. Das ist kein Jackpot, aber Reib von Dings her ist okay. Ich glaub, das ist 500 K, das Karte. Hernandez. 216. Teixeira. 2,35. Lala. Flashback. Matheus Pereira. Totz. Und Diola. Wo stand Fehlé? Stehen was. Halt's Maul. Digga, es kann doch nicht sein, dass du über so... Ich muss ganz ehrlich sagen. No joke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte echt Schiss um meinen Alan, ne? Ich hab den, glaub ich, das erste Mal gespielt jetzt in der verkackten Aufnahme, aber der hat sich als einziger vernünftig zocken lassen. Komplett out of camp, out of position. Ich hatte echt Schiss um Alan, Digga. Ja, ganz super Video. Check mich ab. Check Steini nicht ab. Steini, du hast ja hier deine letzten Worte. Mach, mach. Hat R9 wirklich zwei Buchstaben? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. How to make, äh... Zahlen zählen. Tschüss. Ja, hallo, da bin ich wieder. Vergesst du den Skaten? Ich dachte, ich komme einfach so weg. Ich schieße die so weg, Digga. Meine Fresse. Als wenn ich mir die wiederhole. Hier, Lala, Flashback. Wenn ihr meint, ich komme mir die wieder, checkt meine Streams ab. Bisschen Promo macht mir. So, tschüss. Jetzt sind sie weg. Dann bin ich auch weg. Ja, hau rein. Ich hab die einfach vergessen. Ab zum Schluss. Ist auch ein guter Move eigentlich, oder? So, tschüss.